So, meine lieben Eintracht, Eintracht Spandau-Fans, heute mal. Ihr fragt euch sicherlich jetzt erstmal, was ist das hier für ein Video? Wo ist die hochwertig produzierte Content-Maschinerie Eintracht Spandaus? Ich habe mich in diesen Account reingehackt und da gehen auch die ersten Grüße an den Herrn Präsidenten Knabe. Braunschweig1 ist ein tolles Passwort. Nach fünf Jahren Spin sollte man das vielleicht aber irgendwann mal ändern. Ich bin maskiert, weil ich als anerkannter Journalist der Szene mein eigenes Wohlsein schützen muss. Nach dem letzten Twitter-Leaks, wo ein absoluter Star-Reporter das Roster geleakt hat, ging da einiges an Gewaltdrohungen durch die Szene und das möchte ich nicht. Deswegen entschuldigt die Maske. Ja, worum geht das? Mir wurde in meiner Rolle als investigativer Journalist vom Lokalsender Spandau24 tatsächlich ein Video zugespielt und die Umstände sind da nicht ganz, ganz durchschaubar. Ich glaube, es geht um ein Vereinsheim, das die Eintracht anscheinend bezieht und vorstellen möchte in diesem Video. Und ganz konträr des Leitgedankens, hier ist real, scheinen diese Videoaufnahmen nicht für die Öffentlichkeit gemacht zu sein. Macht euch am besten selbst ein Bild und ja, Grüße gehen auch noch mal raus an den Herrn Präsidenten Knabe, wie gesagt. Spin forever, ne? So, und jetzt viel Spaß bei dem Video. Da wirst du ein bisschen klein zufahren. Oh, hey. Hallo. Vom Rundfunk fern. Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Spandau Gaming House. Mein Name ist Maximilian Knabe, das ist Herr Kevin Westphal, ist bei uns Sportdirektor. Guten Tag. Frisch im Amt. Ja, freuen Sie mal. Also er ist auch verantwortlich für den Bums. Genau, genau. Das ist unser Gaming House, Leute. Also kommt mal rein, zeigen wir euch mal den ganzen Schuppen. Das ist eine geile Sau. Das ist wirklich richtig nice. So, ja, hier ist der Einlass. So. Ja, das ist jetzt hier der Erholungsraum, sozusagen. Ja, wo man einfach wirklich, man sieht ja hier, wir haben eine schöne Fläche, wo die sich da erholen können. Hier alles beste Qualität, alles besorgt. Ja, hier auch ein paar elektronische Geräte, ne? Da, ja, ja. PlayStation und so. Ja. DVD, falls Sie Jungs mal... Ne, ja, auch so. Ich habe ja wirklich jetzt alles besorgt. Man kann auch Analyse nachher ja alles machen und so ein Zeug. Also das geht schon klar, ne? Und Lektüre hier, ne? Ja, ist auch. Ja, dass die wir auch mal ein bisschen lesen können abends. Ein bisschen Weiterbildung. Das ist auch wichtig. Einfach mal... Ja, guck mal, how to become a professional gamer. Ja, das... Was ist das? Das ist Unrated. Das ist unser Coach. Wohl. Kennst du doch. Ah, äh, ja, der Trainer. Ist ja Erholungsraum. Ja, eben. Der ist ja... Moin, ne? Ja, erstmal wach werden, ne? Ja. Die lesen ja dann abends, wie gesagt, nochmal ein bisschen so. Ein bisschen Weiterbildung wirklich. Das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, schön. Häuslich. Und ansonsten, ähm, können wir auch mal kurz Cut machen. Ja, wenn Sie so... Komm mal. Kevin, du hast ein ganzes Scheißherr für Gaminghaus. Äh, um hier ein Gaming... Oh, richtiges Gaminghaus. Kennst du nicht von damals Origin mit dem Pool und so? Und jetzt die Scheiße hier. Ja. Was ist das für eine Bude? Es ist ja schon... Es geht ja, wir haben ja alles... Es ist ultimativ peinlich. Äh, wir wollen, äh, äh, Wölzbald so ein Gaminghaus vorstellen. Warum schläft der um 14 Uhr? Ja, der ist ja ein bisschen länger wach und dann, äh... Ja, der soll arbeiten! So, und jetzt kommen wir hier, ne, ab in die Küche. Das ist auch ein richtiges Highlight. So, hier, äh... Star-Koch Guido. Organisiert. Hey, Max, grüße dich, Mensch. Schön, nicht zu sehen. Ja, sorry. Ich bin gerade am Kochen. Tut mir leid. Mann, das freut mich, dich zu sehen hier heute. Du Koch bei uns. Für die Eintracht. Alles für die Eintracht. Super. Was gibt's denn heute hier, Leckret? Ja, heute gibt's lecker Ravioli. Das... Ja, vegan, natürlich. Ja, äh... Guck, machen wir mal einen rein hier. Jawollo. Hallo, Fiora. Ja, ja, ja. Ja, das ist gut. Ja, ich würde gleich mal, vielleicht, wenn das geht, ich will mal einen nehmen, ne? Ja, ja, ich mach noch ein bisschen noch. Machst du mal eins? Ja, holl ich auch. Kevin, wie ist denn mit reichhaltiger Ernährung? Haben doch, ausgewogen, alles da. Guck mal hier, wir haben hier Sour Cream, Original, haben wir hier, dann Barbecue, Spicy auch und Salt. Wie immer. Ja. Alles da? Ist doch, wir haben alles. Ja. Ja. Ja, sein, von dem lecker Essen. Ich hab all mein Lieber reingesteckt in diese Ravioli. Ja, ich brauch ein Besteckbräuchchen nochmal. Ja, wo? Oh, ja. Oh, sorry. Ja, äh. Ja, ähm. Guck mal hier. Hat ja auch nicht jeder, ne? So eine Möhre hier. Äh, dann. Okay. Ja. Geschirrspüler. Ja. Mausports hat Jagd in Gaming raus. Ja. Ja. Das, äh. Ja. Und schmeckt? Also, ich find's richtig lecker. Ja, sag mal, ihr seid doch bekloppt. Aber, also, ich find's eigentlich in Ordnung, so. Ja, hoffentlich steckst du da. Ey! So, äh, äh, sind wir schon fast am Ende, ne? Ja, jetzt hier im Bad, äh, ach so. Ähm, ja. Ich hab ja ne richtig geile Idee gehabt, pass mal auf. Und zwar machen wir's nämlich so, dass wir hier, da musst du nämlich nicht irgendwie Candy Crush oder so am Handy spielen oder so'n Scheiß, dann kannst du hier schön, äh, äh, weiter trainieren. Wenn man eine lange Session hast oder sowas, weißt du, dann kannst du hier... Ja, lass mich mal durch, ich muss mal pissen. Komm, lass mal rein, raus, 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 raus. Ich muss ganz dringend pinkeln. Ja, los, komm, es geht nicht. Ich hab einen da am Held gestanden. Oh, komm, 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 komm. Ich muss hier mal los, hier nicht. Ach, sorry, aber es ist ganz dringend. Das war mal alles kurz. So, jetzt hier der Gaming-Raum. Das Herzstück von allem, ne? Alles am Start, ne? Christian am Zocken. Das ist schon geil, oder? Ja, super. Hier sitzen dann alle. Ja, also wir müssen jetzt noch mal Hardwarepartner kriegen wir noch mal neun, so ungefähr, ne? Und dann bauen wir hier noch natürlich das Setup alles richtig auf, ne? Ja, ich muss mal kurz stören hier, der Christian muss was essen, der ist gerade aufgestanden. Oh, danke, Gino. Ja, auch lecker bisschen noch zum Nachtrinken. Hab ich mit Liebe gekocht, wie immer, weißt du. Ja, ja, okay, sorry, ja. Bin dann mal wieder weg, in der Küche. Okay, aber für sechs Leute wird das dann noch schön gemacht, ne? Ja, ich sag mal, wichtig ist ja zum Beispiel Atmosphäre. Und da hab ich jetzt hier zum Beispiel mal, pass mal auf, macht mal hier den Bumsdatenlichter mal aus. Und jetzt pass auf, jetzt sag mal hier, Chris, guck mal. Das ist ja wie oftmals ist das. Das ist doch keiner, oder was? Mach mal wieder an. Kevin, jetzt halt mal die Fresse. Aber ist doch... Was ist das denn? Guck mal, wie das aussieht. Ne, jetzt machen Sie mal aus, wir haben ja Hausrecht. Runter jetzt. Aber... Kevin, das geht doch nicht, Mann, wie sieht das denn aus? Das ist doch geil mit... Das sieht doch... Also hier ist da eine... Güber ein Krümel, Hardware wie vom Müllplatz. Und was soll das? Spray, willst du uns vergiften, oder was? Das ist doch... Was ist das für eine Lampe? Chris, Mensch. Das ist doch höchst peinlich. Wie geht jetzt den Garten los? Aber, ja, Kevin... Garten ist aber auch noch gut. So, jetzt hören wir uns ruhig. Du musst hier in den Garten... Also, sorry, Gott, jetzt nicht... Nee, komm, mach du. Also, wir gehen jetzt in den Garten. Alles vorbereitet. Ich hab mich ja gekümmert, ne? Ist ja... Ich hab alles gemacht. Jetzt sind wir derzeit, wo wir hier drin waren. Pressekonferenz draußen. Mit den Spielern. So, nehme ich. Und alles, alle da. Presse, ich hab alle. Zeitung, Journalisten, Fernsehen, Radio, alles da. Gehen wir. Komm mal, ne? Kommen Sie mal mit. Spannau, Spannau, wir lieben dir. Ja? Sch Tage. Und dann.